Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Vor allem die Mütter sollten jetzt besonders gut aufpassen. Wir zeigen Ihnen als erstes eine Neuerung, dank der sich unsere Jüngsten besonders wohl fühlen. So wie du, gell? Die bekannten Moltex-Hösliwindeln bieten jetzt nämlich noch mehr Vorteile. Weil die neue Moltex-Kombinette mit der doppelten Flockenschicht Ihres Baby spürbar trockener behaltet. Jede Schicht hat jetzt noch mehr Füllung, noch mehr Volumen und darum auch noch mehr Saugkraft. Sie sehen, keine andere Hösliwindel behaltet Ihres Baby nicht trockener als Moltex-Kombinette. Bei GOP gibt es jetzt Moltex-Kombinette in der roten Packung für den Tag, in der blauen Packung für die Nacht und bunt gemustert für Kleinkinder über 10 Kilo. Und jetzt sind Moltex-Hösliwindeln bei GOP günstig wie noch nie. Beachten Sie das GOP-Aktionsangebot. Wenn Sie den Kindern Freude machen wollen, dann lohnt es sich, bei GOP hineinzuschauen. In den grösseren GOP-Zentern gibt es jetzt über 60 qualitativ gute Spielsachen. Die folgenden sechs sind besondere Schlager und die gibt es in allen GOP-Läden. Verschiedene Mini-Auto oder grössere mit Schwungrad oder die originellen Lastautos aus Holz. Das Stoffbaby ist schön weich und auch das herzige Plüschtierli. Und mit diesen Formen können sich Ihre Kinder dann süße Überraschungen backen. Beachten Sie also die Plakate an der Koop-Schaufaste mit all diesen günstigen Spielzeugangeboten. Aber jetzt Achtung, jetzt kommen wir noch zum 10'000 Franken Wettbewerb. Da schreiben Sie wie immer eine Postkarte ans GOP Mittwochstudio, Postfach 4091 Basel. Einsendeschluss ist der 27. November. Die Aufgabe ist ganz einfach, schreiben Sie drei Aktionen auf, die jetzt gerade kommen. Wieder schauen. Bis am nächsten Mittwoch, um die gleiche Zeit. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei GOP zwei Nachfüllbeutel Inka-Room statt 9.50 Franken nur 7.90 Franken. Ein Liter Coca-Cola statt 1.10 Franken nur 80 Franken. Ein Fenial-Creme-Bad Classic oder Tilia statt 6.60 Franken nur 5.40 Franken. Zwei Rundbecher-Planta-Pflanzen-Margarine statt 3.25 Franken nur 2.75 Franken. 100 Gramm Hinderschenken kostet nur 1.60 Franken. Als aktueller Preisschlager die Moltex-Kombinette für den Tag 20 Stück für 4 Franken. Und für Kinder über 10 Kilo die Packung an 12 Stück für 4.30 Franken. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag kostet die Lola-Schocken im 5er-Pack statt 5.20 Franken nur 4.20 Franken. Alle diese Angebote gibt es auch morgen in allen Co-Ob-Läden.